ja hallo endlich mal ein neuer guardian free guild war gegen keine farm gilde wir hatten jetzt weiß ich nicht die woche schlagen mich dort irgendwie so sechs farm gilden oder sowas okay wir fangen mit dem dann das erste team super easy einfach mit einem luschen theoretisch brauche ich schon gar nichts anderes mehr wir nehmen noch so für ein attack lead den feuer imperator und nachdem da unten poseidon ist und ich poseidon selbst zeigen wollte und alles das ist meiner momentan ist mir beim letzten mal nicht so geglückt schauen wir mal ob es diesmal besser läuft gut wie viel macht luschen mit 44 okay nicht so wild halt um die 12k naja der imperator doch mal was killen können so hier hoffe ich zumindest auf einen attack bar reset ich glaube nicht dass man wirklich viel killen poseidon macht leider nicht den über damage naja aber ist okay wir haben alle resettet attack bar mäßig das heißt unser ganzes team ist eigentlich noch mal das heißt unser ganzes team ist heute angekommen okay okay können wir sonst noch irgendwo poseidon nutzen schaut irgendwie schlecht aus ja na gut ich glaube camp osidon machen wir mal stattdessen machen wir mal stattdessen machen wir halt den da mit doha ist irgendwie alles langweilig aber dann machen wir halt den da mit doha und da bietet sich mein fairy king an und und dann würde ich noch eigentlich würde ich eigentlich würde ich Perlern nehmen komisches teaming wie ich hoffe dass naja keine ahnung egal dass Antarius zumindest die doha bombe überlebt so und und panda ja komm copapuluzar ja komm ja komm ja komm Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Dispest an auf Siara, ne? Nein, ich nicht. Okay. Das ist mal wieder ganz toll, dass Siara nicht mal killen kann. Aber jetzt... So, kill Dover. Kill Chiara. Ich hoffe es nicht mal meinen Fairy King zu killen. Achja. Goodbye Panda. Ziemlich langweilig aber auch hier. Es funktioniert. Ich weiß nicht, wie stark ein Bulldozer ist. Okay. Dann wäre so ein Double Cyrus Team hier. Alles zu easy. Wo war der mit... Gab es nicht noch einen anderen mit Chandra? Okay, den können wir auch machen. Dann kann ich da unten nochmal Poseidon nehmen. Poseidon. Dann brauchen wir natürlich Immunity. Nehmen wir Fran. Und... Nehmen wir halt noch einen Windpanda. hier. Okay. Skogul. Harmonia. Und Chandra. Nehmen wir Isabelle. Und hoffen, dass Isabelle genug Damage macht. Aber ich glaube schon. Wenn nicht, ist es eh GG. Oh mein Gott. Nein. Oh. Skogul wieder voll. Okay. Eigentlich was haben wir noch. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Isabelle. So. Wir machen Silenz. Wow. Wow. So. Double Defense Break. Maelstrom. Attack bar Reset plus Slow. Kill Sean. Attack bar Reset. Oh. Goodbye Fran. Doch nicht. Dann... Hör mal auf Malung her. Also ja. Poseidon irgendwie... Find nicht, dass irgendwie so viel Unterschied jetzt ist zu davor. Aber... Ich glaube nicht, dass man ihn wirklich sehen wird in Zukunft. Aber... Vielleicht ja doch. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Und... Am Abend gibt es dann... Siege. Schaut gerade nicht so gut aus für uns. Aber mal schauen. Okay. Danke fürs Zuschauen und... Jo. Bis später. Und... Also... Ja... Warte.